Es ist an! Es ist an! Es ist wirklich an, ja! Also hier erstmal die Augenbrauen. Sie lassen auch sein. Dosenbier macht schön und Dosenbier macht schlau, deshalb trinke ich Dosenbier genau. Wenn Bayern eine Champions-Sieg-Titel 2013 gewinnt, dann verspreche ich, dass ich der Campus-Crew den Kastenbier ausgebe. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Bei höheren Ruten, wie in schlechten Zeiten, zu einander stehen. Äh, Bayern ist am Samstag, hä? Ja, leider. Was? Da, 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 da. Jetzt sagen wir nicht Dortmund. Na, Gott! Da kommt der Mann aus Bayern und ist für Dortmund. Ja, 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 jo! BVB, Hurensöhne! Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend-Feeling. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Love, oh, love, mountain orbit all the way around you, now it fall out into the night. Steht es in den Sternen, was die Zukunft bringt, mit Sott, Sahne, Joghurt, Sahnig, Fruchtig, Frisch und dann hinein ins Weekend-Feeling. Lass dich mal gehen, schau einfach ab, er lebt den sahnigen Geschmack. Mit Sott ins Weekend-Feeling, Sott, Sahne, Joghurt, Sahnig, Fruchtig, Frisch! Ecks, 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 Ecks! Schmeckt sie noch? Hallo, Mann! Das ist okay, tausend. Aber, hey! Das ist super geil! Okay! Das riecht schon wohl nach oben jetzt. Yeah! 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 Es kommt vor, dass das Kanto kuschelt Fleisch kauft. Mit der Begründung ist es besser für den Kreislauf. Okay, nochmal. Es kommt vor, dass Kanto kuschelt Fleisch kauft. Mit der Begründung ist es besser für den Kreislauf. Mit der Begründung ist es besser für den Kreislauf. Schukawook! Kungfu! In Team 4, 6, Ladies, was haltet ihr davon? Nein, von in Team 4 bis heute in Team 4. In Team 4. In Team 4. Manchmal sehr interessant, aber manchmal sehr viel platziert. Also, ich habe einen, aber ich kann es nicht weiter empfehlen. Wenn es Männer Hornbringer magst und du sagst, dass sie Team 4, 6, kann man nur empfehlen, weil da geht ja jeder mit. Wer mag sie? Sie mag ihn! Sie mögen sich! Aber keine Team 4, 6, ne? Nein! Ich möchte mich nicht! Das könnte sich an alle so tun. Und nachher jetzt noch mal. Warum machen wir sowas? Ja, manchmal verheirat, dass sie dann sagst. Es ist irgendwie noch ein bisschen gebraucht. Aber es ist nicht so. Klar, es ist nicht so. Kinder, nicht zuhause laufen. Campus Crew, dein Uniradio. Mönierradio. �